Die Frankfurter Buchmesse ist heute und morgen für das breite Publikum geöffnet. In den vergangenen drei Tagen war nur Fachpublikum zugelassen. Zahlreiche Autoren werden ihre neuen Werke in Lesungen und Diskussionen präsentieren. Das Ehrengastland Finnland wird eine Bilanz seines Messebesuches ziehen. Morgen endet die 66. Frankfurter Buchmesse mit der Vergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.